hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu hausflipper dem heimwerker simulator wir sind immer noch im luxus dlc und haben zwei weitere aufträge die wir erfüllen können müssen mal gucken wir haben hier ein häuschen und wir haben hier unten ein strandhäuschen ich würde sagen ein lagerhaus für erinnerungen als lucia und denn ein verkäufliches hafenlagerhaus gefunden hatten wollten sie daraus ein industrielles loft machen seit einer weide suchen sie bereits nach einer größeren wohnung in der sie ihre ihren erwachsenen freundeskreis einladen können ihr traumhaus ist derzeit in weiter ferne aber das port glaubt dass dieses gebäude ein sicherer hafen sein könnte gut dann schauen wir uns das haus mal an es sieht ziemlich mitgenommen aus wenn das das haus ist was wir ja gut ja das ist immer das haus was wir in der vorschau sehen welches wir dann auch bereinigen müssen beziehungsweise neu machen müssen wir gucken mal es ist nicht genau ein haus ich weiß aber ich habe gehört dass du ein wirklich mitgearbeitungsgerät bist ich sicher sicher dass du das hauscht hast selbst wenn die Last Caretaker nicht macht dein Job viel einfacher wir lieben die roughness der bäude bäude das ist das ist das ist das ein gewachsenes Wohnzimmer zu leben after all wir lieben haben wir lieben And since we're getting a bit too old and tired for clubbing, we wanted to finally get an apartment big enough to sit around and enjoy our company comfortably. Probably you had more experience with couples getting a bigger home to start a family, but it definitely is not our case. Child-friendly is not something you need to worry about while designing this place. It looks like you've got a lot of work ahead, so I won't take any more of your time. Have fun! Haus draußen, bevor wir dann reingehen. Wir gucken erstmal hier draußen. Oh man, hier liegt jede Menge Müll rum. Warum ist das immer so vermüllt, alle Häuser, die wir hier bereinigen müssen? Das verstehe ich immer nicht, aber okay. So, erstmal den ganzen Müll hier wegmachen. Oh mein Gott, wir müssen auch die ganzen Pflänzen hier wegmachen. Eieieieiei. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier ist Müll. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir können ja hier putzen, ne? Und da liegt noch ein bisschen Müll rum. Oh, ich habe einen Vorschlaghammer. Okay, alles klar. Aber wir werden erstmal bereinigen. Damit wir im Großen und Ganzen das Haus erstmal von außen her schön gemacht haben. Weil ich glaube, drinnen sieht es auch richtig, richtig mistig aus. Oh mein Gott, hier sind ganz schön viel Schmierereien drin. Was habt ihr euch da, was habt ihr euch da für ein Haus ausgesucht? Aber okay. Ähm, naja, ich kann ja sogar Wände verändern diesmal. Naja gut, wir müssen aber erstmal, wir müssen erstmal aufräumen ein bisschen hier. Meine Güte. Und dann denke ich mal, können wir das ein oder andere hier auch gut hinbekommen. Wir fliegen natürlich die Paletten durch die Gegend. Aber auch nur, weil ich das alles mit einem Schlag wegräume hier. Also, okay, das sieht doch schon mal, sieht doch eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt aus, ne? So, schön putzen. Da ist noch ein bisschen Müll. So. Grundfläche muss natürlich auch gereinigt werden. Sehr gut. Hier oben ist auch noch Müll. An der Decke ist noch Müll. Da liegt noch Müll rum. Okay, die Garage können wir öffnen. Ich würde erstmal gerne den Müll noch weg und hier oben noch ein bisschen sauber machen. Sieht doch ganz gut aus. Okay, die Treppe sollen wir auch ändern. Oh mein Gott, warum sind die Wände so geschmiert oder beziehungsweise die... Hallo Julia. Okay, okay, da draußen liegt auch noch Müll. Ähm, okay, wir müssen erstmal... Wir müssen erstmal den Müll hier alles wegräumen, bevor wir hier weiter sauber machen können. Ähm, kann ich das verkaufen? Ja, das muss alles weg. Okay, gut. So, die alten Dosen noch weg hier. Ja, sieht doch eigentlich schon... Moment, 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 Moment. Hier ist auch noch Müll. Das muss ich wahrscheinlich auch noch verkaufen, ne? Ja. Okay, dann fangen wir mit den Decken mal an. Fußboden. Äh, eklig. Widerlich. Moment, hier hinten ist noch irgendwo was. Ja, sehr gut. So, hier soll wahrscheinlich Toilette rein. Den Anschluss kriegt man nicht weg. Wäre aber auch ein bisschen blöd gewesen, ne? So, erstmal eingehend hier putzen. Moment, da sind die Decken hier, die hier so dreckig sind. Okay, das soll wahrscheinlich... Das soll wahrscheinlich das Bad werden. Und da habe ich gerade noch was entdeckt. So, sehr gut. Hier habe ich auch noch was entdeckt. Ah, das ist dort oben. Wie komme ich denn dort... Wie komme ich denn dort oben hin? Das ist wieder so eine Sache. Da hinten... Kann ich nicht Gerüste stellen oder so eigentlich? Ich muss ja dort hinten sauber machen irgendwie. So, erstmal die ganzen Schränke hier weg. So, und dann sammeln wir den Müll hier weiter ein. So, Flaschen. Sehr gut. Hier komme ich nicht rein. Von draußen komme ich da auch nicht ran. Heieieiei. Von draußen noch ein bisschen sauber machen. Hier unten. Oder hängt das hier oben? Na, das ist hier dran. Okay. Sehr gut. Sieht da eigentlich ganz gut aus. Aber wie komme ich denn... Wie komme ich an die Flecken dort ran? Hmm. Naja gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Bodenfliesen legen. Okay. Müssen wir hier draußen auch irgendwas machen? Reinige die Verschmutzung. Wir sind wahrscheinlich nach einiges an Verschmutzung. Modifiziere die Wände. Streiche in den Farben. Okay. Wir legen erstmal die Bodenfliesen. Das geht am... Einfachsten. So, dann einmal Wände streichen. Sehr gut. Mehr wollt ihr wohl nicht gestrichen haben. Ich streiche euch aber die ganze Bude hier. Soll ja schön aussehen. Okay. Moment. Sehr gut. Okay, dann sind wir hier fertig. Dann können wir hier Einrichtungsgegenstände hinstellen. Hier soll ein großes Bett hin. Okay, das kriegt man hin. Zwei Nachtschränke. Kriege ich den da drüben noch rein. Ja, sehr gut. Dann zwei Lampen. Einmal da. Und einmal hier. Ein Strahler soll auch noch in der Mitte. Beziehungsweise hier ins Haus. Und dann können wir ein paar Gemälde hinhängen. Sehr schön. Einmal das. Einmal das. Und hier können wir noch ein großes hier hinten hier drüben. Dann haben wir nämlich den Raum schon fertig. So, und hier sollen wir auch Bodenfliesen liegen. Sehr gut. Sehr gut. Das ist fertig. Was hier drinnen haben wir auch fertig. Und Gegenstände kaufen. Warte mal. Gegenstände verkaufen. Wasserinstallation. Okay, das haben wir auch noch. Dann sollen wir modifizieren. So, das sind andere Bodenfliesen. Alles klar. Haben wir die auch. Montiere die Geräte. Wasserhahn. Okay, Moment. Hier passt ein Waschbecken hin. Das kriegen wir auf jeden Fall dran geschraubt. So, sehr schön. Dann ist das nämlich fertig. So, und dann soll noch Laminat gelegt werden. Cremefliesen. Zehn Stück. Okay, das sollte ich hinkriegen. Das mache ich hier, wo das Waschbecken ist am besten. An der Wand. Sehr schön. Ich mache die Wand aber komplett. So, dann kann man den Rest verkaufen. Und sollen ja noch ein bisschen was reinpacken. Wasserinstallation. Spüle. Okay. So, dann sollen wir den Spiegel auch noch hinpacken. Okay. Dann drehen wir hier mal auf. Und packen hier dann das Waschbecken hin, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir aber zwei Waschbecken. Ob das so gut ist. Oh ja, sollte schon passen. Hm. Könnte ich das eine theoretisch gesehen wieder abschrauben. Engendes WC-Dusch-Installation. Okay, die Dusche muss da drüben in der Ecke. Und dann haben wir ja hier noch hängendes WC. Okay. Dann packen wir hier erstmal die Toilette hin. Hallo, Toilette? Ähm. Okay. Moment, hier muss ich wahrscheinlich erst aufmachen, damit ich hier die Dusche hinbekomme. So. Sehr schön. Mal sehen, wie lange ich brauche, die Dusche hier zu montieren. Hm. Es geht relativ schnell. Okay. Sieht auch wunderschön aus, muss ich sagen. Dann kann man hier noch einen Handtuchhalter hinpacken. Und... Was ist das? Noch ein Spiegel? Ah, der hängt ein bisschen tiefer. Und das ist für die Kinder. Und zwei Lampen. Okay, Moment. Dann packen wir den ein bisschen höher. Dann... Passt das schon. Dann sind wir nämlich hier in dem Raum auch fertig. So, den Raum haben wir fertig. Den Raum haben wir fertig. Hier soll man... Eine Camino-Innentür setzen. Tja, wo soll die hingesetzt werden? Das ist die Frage. Okay, die passt hier hin. Oh, das ist eine Badezimmer-Tür. Habe jetzt, glaube ich, ein bisschen verwechselt. Und man sollte ja eigentlich nicht reingucken können. Egal. Egal. So, was haben wir denn hier? Handelbank. Dann gibt es hier erstmal ein Sofa. Und ein Sessel dazu. Sehr schön. Ein kleiner Tisch in der Mitte. Ein Regal soll hier auch noch hin. Das kann eigentlich hier hingestellt werden. Okay. Komodo-Wandleucht. Drei Stück. Eine Handelbank. Drei Bilder. Okay, dann machen wir erstmal hier die Fitness-Geräte. Das Fahrrad haben wir hier. Das sind drei Lampen. Okay. Dann ist es ein bisschen heller hier. Eine hängende Lampe. Kriegen wir hier auch noch hin. Eine Handelbank werden wir hier an der Ecke stellen. So. Und dann drei von den Bildern. So. Und drei von denen. Die sind aber auch noch so groß. Oh mein Gott. Eins. Zwei. Drei. Sieht doch eigentlich ganz grün aus hier. Und eine Topf-Pflanze noch. Die könnte ich da eigentlich hier oben drauf stellen. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Dann soll ich die Treppe ändern. Okay. Das haben wir auch. Gegenstände verkaufen. Leuchtstoffröhren. Was sind denn hier Leuchtstoffröhren? Ach, das sind die hier. Okay. So. Dann Bodenfliesen legen. Das sieht gut aus. In dem Bereich sollen wir hier, glaube ich, auch noch verkaufen. Oh, das sind. Das ist anders hier. Hm, hm, hm. Leuchtstoffröhren und Garagentor verkaufen. Okay. Baue die Wände, baue die obere Wand. Moment, 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 Moment. Ich muss das mal, die wieder wegpacken hier. Die war nämlich total verkehrt. Ähm. Okay. Okay. Sehr schön. Wir bauen mal die, wir bauen erst mal die Wände hier, die so fest sind. Und hier soll ich, glaube ich, eine obere Wand hinbauen. Okay. Mein Gott, das ist ganz schön, ganz schön gefährlich hier. Wenn man ja immer, wenn man ja immer falsch baut. So, und die oberen Wände sollen ja dann hier hin. Haben wir das auch. Sehr gut. Gegenstände kaufen. Moment, Moment, Moment. Baue die Wände. Ich muss hier noch irgendwo Wände bauen. Okay. Ne, dann machen wir das mal noch schnell. Okay, dann haben wir das auch fertig. So, Wandfliesen legen. Ähm. Streichen oder Wandfliesen legen. Okay. Deckenbeleuchtung oder nehmen wir die hier. Und streichen. Und streichen. Gegenstände kaufen. Offener. Rechter. Aha. Wandfliesen legen. Bodenfliesen legen. Moment. Muss ich mal gucken. Bodenfliesen legen. So, die sind. Okay. Wandfliesen legen. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So, 50% machen wir mal hier drüben noch. Und den Rest, da legt man die komischen, da legt man die Paneele. Okay. Fertig. Wasserinstallation, Spüle, Handtuchhalter. Moment. Wasserinstallation, Spüle, Wasseranschluss, hängendes WC. Okay, dann machen wir hier das Waschbecken hin. Und das hängende WC machen wir hier hin. Einmal aufdrehen. Und dann kaufen wir ein WC. Und wir kaufen ein Waschbecken. So, einmal montieren. Dauert ganz schön lange, muss ich sagen. Ja. Aber es ist ja ein großes Haus, um das wir uns kümmern müssen. Aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. Das ist fertig. Und dann kommt noch die Toilette. Ach, die haben wir schon hier dran. Ach man. Okay, dann ist die auch fertig. So ein Spiegel und ein Handtuchhalter. Spiegel. Handtuchhalter. Ist das Zimmer fertig? Okay, dann gehen wir mal hier rein. Das haben wir alles. Den Schrank. Der Schrank passt hier hinten hin. Ganz schön eng alles hier, muss ich sagen. Was ist das denn? Kurze Deckenlampe. Okay. Und Standard Lichtschalter. Sehr gut, ist der Raum auch fertig. Ach, jetzt hakt es nur noch kurz. Also hier soll auf jeden Fall die Küche hin. Okay. Wandbelag wählen. Ich nehme Kristallfarbe. Ich denke mal die sieht am schönsten aus. So. Ja. Oben noch rum. Okay, das könnte sogar fertig sein. Ich möchte hier oben auch noch rum streichen gerne. So. Benutzen. Schreibtisch und Stuhl dazu. So. Was haben wir denn dann? Ich habe sogar Verbesserungen freigeschaltet. Reichelt über Mauern ist um eins erhöht. Baue schneller. Ja komm, wir bauen ein bisschen schneller. So. Was ist das hier? Camino schmale Badezimmertür. So. Okay, die hat reingepasst. Schmale Innentür. Sehr gut. Hängenden Spiegel. Stehlampe. Stehlampe. Das könnte ein Teppich sein, wenn mich nicht alles täuscht hier. Das ist ein Bild. Das glaube ich auch noch ein Bild, oder? Schalter. Und hier haben wir noch eine grüne Pflanze. Sehr gut. Ähm. So. Die Tür haben wir auch hier reingebaut. Standort Lichtschalter ist okay. Monitor haben wir hier. Dann kommt noch eine Tastatur und eine Maus dazu. Sehr gut. Ähm. Was haben wir hier noch? Schminktisch. Hallo Julia. So. Schminktisch und noch einen kleinen Sessel. Sehr gut. Ich frage mich trotzdem, wie ich dort oben rankomme. So. So. Das Ding haben wir. So. Das Ding haben wir. So. 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 kriegen wir hier die vier Stühle drum. Dann müssen wir ja irgendwie, ne? So. Was haben wir denn dann noch? dreimal so eine komischen Wandregale. Einmal. Zweimal. Dreimal. Äh, noch ein Spiegel. Wo hängen wir denn den Spiegel? Machen wir denn hier Platz? Okay, den kriegt man hier hin. Freistehende Säule. So zweimal. Das ist glaube ich Sound, ne? Was ist das? Blumenkübel. Oh mein Gott. Sehr gut. Viermal Lampen. Und zweimal so eine komischen Bilder da. So, wie sieht's denn aus? 100% abgeschlossen? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Auftrag. Wir gucken uns nochmal unser Meisterwerk an. Sieht eigentlich ganz gut aus, denke ich mal. So. Dann haben wir noch ein bisschen Geld gemacht. Das ist sehr gut. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Hausflipper. Bis dahin. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.